Willkommen zu den Fliegel Trailer News. Aufflieger und Anhänger von Fliegel Rollen Tag und Nacht, quer durch Deutschland und durch ganz Europa. 20 Jahre Leidenschaft für Trailer, Fliegel hat sich zu seinem Geburtstag eine interessante Aktion ausgedacht für alle werbetreibenden Unternehmen. Heckwerbung auf Fliegeltrailern für nur 2,74 Euro am Tag. Mit ausgedacht hat sich das Juliane Thomat vom Fliegel Marketing. Juliane, Werbung auf Heckportalen, auf Heckflächen von Fliegeltrailern. Warum macht das Sinn? Warum ist Heckwerbung eine interessante, ja eine wirkungsvolle Werbeform? Ja, wie schon gesagt, unsere Trailer sind in ganz Deutschland, in ganz Europa unterwegs. Und Unternehmen haben hier eigentlich eine einzigartige Möglichkeit, ihre Werbebotschaft entsprechend weit zu verbreiten, entsprechend viele Leute anzusprechen, Aufmerksamkeit zu erzielen. Und ja, ich denke, das ist sehr attraktiv, sowohl für kleine, mittlere als auch große Unternehmen. Über sechs Quadratmeter ist so eine Heckfläche groß und ich gebe zu, man kann sie auf der Autobahn kaum übersehen. Ich lese dann auch gerne Heckflächenwerbung. Demnächst dann jetzt auch auf Fliegeltrailern. Ich habe schon gesagt, 2,74 Euro am Tag kostet diese Werbeform. Klingt günstig und Werbung soll ja auch günstig sein und viele Leute erreichen. Ja, das hat man bei der Heckwerbung auf jeden Fall. Das macht, wenn man es hochrechnet, im Jahr 1.000 Euro. Vergleicht man das mit Kosten für normale Anzeigen in Tageszeitungen oder Magazinen, ist das unschlagbar. Da bezahlt man normalerweise zwischen 2.000 und 4.000 Euro für eine Anzeige, nur eine. Bei uns hat man für 1.000 Euro Werbung das ganze Jahr in ganz Deutschland, in ganz Europa. Für nur 2,74 Euro am Tag Heckwerbung auf Fliegeltrailern, informieren Sie sich direkt bei Juliane Thomat. Schicken Sie eine E-Mail juliane.tomat.fliegl-fahrzeugbau.de und wir sehen uns bald wieder bei den Fliegeltrailernews.